und damit herzlich willkommen zu einem kleinen update zu gta 5 eigentlich sollte heute folge 24 kommen zumindest ein theoretisch ich schaffe es aber aktuell das spiel nicht aufzunehmen ich habe jetzt einige zeit versucht und es funktioniert einfach nicht also so wie ich will sagen so spiel startet ohne probleme als lässt sich aus spielen ohne probleme nur schafft es die story anscheinend aktuell nicht das spiel aufzunehmen ich sehe zwar in game den frame counter aber es funktioniert einfach nicht von dem her werde ich das jetzt mal kurzfristig pausieren keine ahnung was man jetzt auf die schnelle einfällt was ich da einspielen wird aber irgendwas finde ich da schon so weit dazu bis dann